Ich hätte gern bessere Neuigkeiten. Sie, sie wird nie wieder so sein wie früher. Aber sie haben ja noch ihre Töchter. Halt die Klappe, du mutterlose Hure! Wo hast du solche Ausdrücke her? Einsamkeit kann dich fertig machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Wir müssen doch jetzt gemeinsam durch. Meine Familie musste erst zerbrechen, damit ich sie sehen konnte. Die Oscar-gekrönte Free-TV-Premiere The Descendants. Sonntag, 20.15 Uhr. Pro 7.